Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Summoners War und wir machen endlich wieder Rush Hour Arena. Wie ihr seht, läuft es bisher ganz gut. Wir haben 21.20 Uhr, pünktlich, natürlich zum Videostart, vibriert mein fucking Handy, ich werde wahnsinnig. Den ganzen Abend schreibt keine Sau, nicht aufregen, aber mein Team funktioniert noch nicht ganz so gut. Ich muss extrem rauspicken, die Bomben machen so nicht genug Schaden. Ich wechsle immer zwischen meinem Bomberteam und Luschen irgendwie hin und her, aber verliere auch oft genug, 83,5% Winrate, relativ bescheiden. Mag ich jetzt nicht so wirklich. Mir fällt jetzt aber auch nicht direkt ein, wie ich das jetzt ändern kann auf die Schnelle. Ja, ich mache hier einfach nicht genug Schaden für die ganzen Typis hier oben. Wenn Frigate keine Villerunen hat, sollte das kein Problem sein. Schauen wir mal, den kenne ich jetzt noch nicht. Ich habe auch mal versucht, mir die Leute zu merken. So, please. Er wurde zurückgeschlagen. So, das sollte eigentlich jetzt schon passen. Außer, es geht keine Bombe drauf. Aber Malaka enttäuscht mich doch recht selten. Liebli wäre besser, aber Frigate überlebt. So, hätten wir das. So sollte es im optimalen Fall laufen. Aber das geht natürlich nur mit irgendwelchen... Oh Gott. Mit irgendwelchen Nuker-Teams. Mit solchen Teams hier funktioniert das nicht. Ich habe auch keinen Bock auf Rina und so. Wenn hier Orion Villerunen hat, bin ich direkt am Arsch. Brauche ich gar nicht probieren. Hier oben haben fast alle Orions Villerunen. Hier zu viel Life. Kann ich nicht mit meinen Bomben angreifen. Hier wieder Orion. Kann ich nicht machen. Wenn ich gewinnen will natürlich. Ich kann es probieren und hoffe, dass die derpen. Aber in den meisten Fällen tun sie es nicht. Oh nee, wir aktualisieren. Eine Sekunde. Oh. So, ich... Oh. Ich wusste vorhin schon, warum ich Galien auch noch zurückschlag. Aber ich glaube, beim ersten Mal hat es bei Frigate nicht funktioniert. Oh, what the fuck. Mach keinen Scheiß. Genau. Leo regelt das. Leo so gut eigentlich. So, gut. So, ich werde schon angegriffen. Lasst mich in Ruhe. So, was könnten wir denn angreifen. Müssen wir hoffen einfach, dass meine Tiana irgendwie schnell genug ist. Na gut. Na. Oh mein Gott. Cyrus auch noch. Ja, das war es wahrscheinlich. Die Cyrus sind alle so schnell übel. Ja, das wird sicherlich nichts. Ja, vielleicht können wir es noch ein bisschen rauszögern, aber ich glaube nicht. Ein Armor Break wäre echt nice jetzt. Ach, natürlich eingeschläfert. Logisch. Ja, das wird ja auch nochmal. Gehen die Bomben drauf? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das reicht, glaube ich. Oh mein Gott. Ja, das war aber Glück. Also. Obwohl wir uns wirklich in der Rush-Aube finden. So viel Glück. Ja, aber den Rest kann ich schon wieder nicht angreifen. Shenzhen hatte ich schon probiert. Geht nicht. Die haben ja alle zu viel Life. Geht nicht. Die muss ich, wenn doch überhaupt, luschen. Und die Tiana hat sicherlich Vileron. Brauche ich gar nicht probieren. Na. Oh mein Gott. Habe ich einen Angriff reinbekommen? Ja. Erfolgreich. What? Ja, wenn Cybers wieder hier wieder drankommt, bin ich gefickt. Wenn Orion hier Vileron hat. Müssen wir mal schauen. Die meisten haben einfach Orion und ihre Verteidigung. Oh mein Gott. Ja. Das weiß man halt nie vorher, gell? What the fuck macht die Bomben? Okay. Das sollte auch so gehen. Armour Break, please. Nein. Tiana macht das einfach nie. Nie. Ich habe doch noch nie Armour Break gesehen. Genau. Siarra, tu es. Was ist das? So. Der hieß Grillox. Den könnten wir nochmal machen. Merken wir uns den. Okay. Nee, machen wir nichts mehr. Ist wieder eine reingekommen oder was? Cold? Nee. Hatten wir hier die schon? Ja, dann aktualisieren wir wieder. Ich hatte es auch vorher mal geschafft. Das war, glaube ich, so um 20.30 Uhr. Zwei rote Sterne und zehn Buffs. Da habe ich dann alles geluschent. Egal, ob Feuermonster oder sonst. Aber das kann ich nicht halten, den Zehner Buff. Nee. Oh Gott, ich muss so aussortieren. Ach, schrecklich. Wie hieß der? Todward. Hoffen wir einfach, dass auf Orion keine Villneronen drauf sind. Dann geht das. Leute, was ist mit denen? Wir gehen auf den hier. Bomben drauf. Wer könnte nicht sterben? Ja. Machen wir auch Cyrus, damit er auf jeden Fall tot ist. Aber wer hat, welcher Cyrus hat mehr wie, ja eben, 16k, haben die auch nicht. Da ist mein Malakka in Ruhe. Das ist doch schön, oder? Todward. Merken wir uns Todward? Aktualisieren wir? Können wir ja noch nicht. Oh mein Gott. Habe ich einen Angriff reinbekommen? Nein. Oh mein Gott, müssen wir jetzt echt warten? Oder kann ich hier sonst mein Standard-Team einmal probieren? Ja, da geht halt nichts. Das kann ich nicht machen. Wir haben jetzt 21.30 Uhr. Da sollte man eigentlich keine Experimente machen. Oh, alle so tanky, Mann. Oh mein Gott. Das darf nicht wahr sein. Aha. Okay. Können wir irgendwas mit unserem Standard-Team machen? Sollen wir den hier probieren? Mache ich echt ungern mehr. Der hat 100 Pro. Oh, meine Aufnahme ist hängen geblieben. So, Leute. Meine Aufnahme wieder abgekackt. Dieses Aufnahmegerät von Elegator. Ich weiß nicht. Vielleicht kennt das ja einer von euch. Ey, wir haben jetzt 21.58 Uhr. Ich weiß nicht, wie lange es aufgenommen hat. Zwischendrin ist es mal hängen geblieben. Dann habe ich es neu gestartet und vergessen, den Aufnahmegnob zu drücken eine Zeit lang. Ich werde wahnsinnig. Mal schauen, wie ich das am Ende zusammenschneide. Ihr werdet es ja dann eher sehen. Okay, es sollte diesmal wohl ein Roten Stern sein. Weil ich glaube, ich kriege keine Angriffe mehr rein. Rakan und Rina schrecken mit Pörner und Orion denke ich gut ab. Und ich denke, das sollte funktionieren. Ich muss mir echt mal überlegen, wie ich das mit dem Aufnehmen mache. Also schön die Aufnahme hier jetzt funktioniert, aber wenn das Bild-Undown hier hängen bleibt. Und wenn man das nicht gleich bemerkt. Und ich habe jetzt bestimmt 5 Minuten gebraucht, bis der das Bild wieder angezeigt hat. Ey. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Darf doch nicht wahr sein. Ja, ich glaube, das funktioniert diesmal tatsächlich. Mein Computer zeigt 22 Uhr an. Ja. Sieht gut aus. Jetzt fragen wir hier mal. Hoffen wir einfach mal. Na. Na. Wurde gerade keiner da. Wut der fuck. Wurde alle noch am Arena machen. Ja. Sind auch nicht viele online gerade. Oh. Ich könnte heulen. Ich muss nachher mal die Aufnahmen durchschauen. Aber ja. Das Ergebnis steht jetzt. Am Ende war es wirklich noch mega spannend. Ich habe die Teams wirklich weggehauen. G1 steht jetzt da. Okay. Hoffen wir. Was hätten wir. Ja gut, ich denke G1 wird passen, ich hoffe ich kann jetzt irgendwie was in dem Video verwerten, das wird nicht total langweilig, sorry ich muss mal gucken woran das liegt, mal vielleicht ein anderes iPad nehmen, aber ich glaube am iPad liegt es nicht, das Gerät ist auch nicht wirklich heiß, die Verbindung besteht, USB 3 besteht, liegt es an meinem PC vielleicht, ich habe einen neuen Apple Adapter dazu gekauft, das Kabel ist neu, ich habe das Kabel nicht berührt, naja, ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.